Der Mann mit den tausend Geschwüren Vor langer Zeit gab es einmal einen Mann, dessen Herz war bedrückt, denn sein Körper war überseht von Geschwüren. Voll Abscheu wendeten sich ab, wer ihn sah. Die Menschen nannten ihn den Herren der hunderttausend Geschwüre, Saint-Pom. Seine tägliche Beschäftigung war die Bearbeitung seines Ackers, die Pflanzung von Pfefferschoten und Buschpflanzen mit eiförmigen Früchten an der Uferböschung des Plusses, drei Tagesreise im Süden der Stadt Tretröng. Saint-Pom pflückte Pfefferschoten und Eifrüchte jeden Tag und brachte sie zum Verkauf und ernährte sich von dem Erlös. In der Nähe der Hütte, in der Saint-Pom lebte, gab es einen Eifruchtstrauß, dessen Stamm sich kräftig aus dem Boden erhob. Dieser Busch trug größere Früchte als alle anderen Sträucher und das kam so. Jeden Tag verrichtete Saint-Pom hier seinen Notdurft und düngte so das Wurzelwerk des Strauches. Der Busch saugte das Feuchte in sich ein und nahm damit auch das geschlechtliche Begehren in sich auf, dessen Saint-Pom sich dort selbst entledigte. Das nährte den Baum und die Früchte, die daraus entstanden, waren groß und schön. Zu dieser Zeit geschah es, dass die Tochter des Königs von Tretröng Eifrüchte zu essen begehrte. Die Dienerin eilten, um die Schönsten auf dem Markt zu kaufen. Natürlich sahen sie sofort, dass Saint-Pom weit größere und schönere Früchte feilhielt als alle anderen Bauern. Sie brachten seine Früchte der Königstochter. Voll Lust verzehrte sie die schmackhafte Gabe und empfing ein Kind. Das Wissen von ihren Umständen blieb dem Vater nicht verborgen. Der König von Tretröng ließ seine Tochter vor sie führen und schallte sie aus. Die Prinzessin aber leugnete und sprach, sie haben mit keinem Mann Gemeinschaft gehabt. Obgleich der König sich überall erkundigte, wurde nichts offenbar, dass sein Verdacht hätte bestärken können. Sie habe sich unehrenhaft verhalten. So enthielt er sich der Bestrafung. Die Königstochter trug das Leben in ihrem Schoß, bis die zehn Monde voll waren. Dann begah sie einen Prinzen, geziert mit allen Merkmalen zünftkünftiger Verdienststaaten. Die vielen Verwandten und die Prinzessin selbst halfen einander, den königlichen Prinzen zu ernähren, bis er drei Jahre alt war. Der König von Tretröng, des Prinzen Großvater, entschloss sich nun, alles zu versuchen, um den Vater des kleinen Prinzen zu ermitteln. Er befahl den Höflingen und Königsdienern, die Gongs zu rühren und überall zu verkünden, dass den Männern des Reichs geboten sei, sich unverzüglich auf dem Platz vor dem Palast einzufinden, zur Versammlung. Alle sollten in der Hand halten, irgendeine Speise, Gebäck oder Früchte, gleich welcher Art. Als sie versammelt waren, sprach der Herr ein Gebet. Wenn irgendein Mann hier auf dem Platz der Vater des Prinzen ist, so möge der Prinz jedem Mann die Speise aus der Hand nehmen und essen, sodass jeder Mann es sehen könnte. Das Gebet war gesprochen. Nun befahl der König der Amme, den Prinzen auf den Arm zu nehmen und ihn mitten in der Versammlung der Männer auf dem Vorplatz loszulassen, dass der Prinz gehen könnte, wohin er wollte. Auch Saint-Pom war gekommen und hielt einen klumpen kalten Reis in der Hand. Kaum hatte der Prinz ihn gesehen, so eilte er herbei, umahnte Saint-Pom, nahm ihn in den Reiskloß aus der Hand und aß ihn, kalt wie er war, mit sichtlichem Behagen auf. Alle Leute sahen das Wunder und konnten sich der Schadenfreude nicht enthalten. Der König hörte den bitteren Spott und schämte sich der Entehrung. Widerwillig führte er seiner königlichen Tochter den Mann mit den tausend Geschwüren zu. Saint-Pom brachte der Königstochter und ihren Prinzen auf ein Floß und ließ es auf dem Flusse dahin treiben, bis sie zu seinem Felde kamen. Dann geleitete er die Königstochter und den Prinzen in seine Hütte. Durch die Verdienste der drei wurde es dem Könige in warm um sein Thron. Er kam herab vom Sternehimmel und verwandelte sich in einen Affenfürsten. Im Arm eine Zaubertrommel haltend, so trat er vor Saint-Pom und sprach, Wenn du eine Bitte hast, so rühre diese Trommel und deine Wünsche werden sich erfüllen. Saint-Pom hörte es staunend. Sein Verdruss über sein Leiden war so groß, dass er die Trommel nahm und sie wie wild darauf einschlug. Da fielen die Pusteln und Pickel von ihm ab, die Geschwüre verschwanden und sein Leib war wieder schön und glatt wie einst. Saint-Pom sah es und eine heiße Welle der Freude durchpulste sein Herz. Er nahm die Trommel und eilte in die Hütte, um die Königstochter teilnehmen zu lassen an seinem Glück. Dann richtete er seinen Wunsch auf die Erschaffung von Gold, schlug die Zaubertrommel und ein Berg von Gold häufte sich zu seinen Füßen auf. Es war ein Wunder. Saint-Pom rief Goldschmiede herbei und ließ sie aus dem Golde eine Krippe fertigen für seinen Sohn. Nach der goldenen Krippe nannte er ihn Prinz U-Tong. Im Jahre der Ziege 681 des kleinen Zyklus schlug der Herr Saint-Pom die Zaubertrommel abermals und schuf eine Stadt mit Wall und Graben, mit Stadttoren und einem königlichen Palast. Dieser Stadt gab er den Namen Tepayanakorn, Götterstadt. Selbst selbst machte er zum König in der Götterstadt und vieles Volk strömte ihm zu, mit ihm verdienstvolle Taten zu tun und den Lebensunterhalt zu suchen in der Stadt. König Saint-Pom nahm nun den Namen Sirichai an, höchster Sieg der hunderttausendfachen Stadt Jiangsan. Prinz U-Tong wurde als König U-Tong ebenfalls gefeiert, als Sirichai von Jiangsan. Als sein Vater Saint-Pom gestorben war, erbaute er beim Dorfe Nongson, dem Käfersumpf, eine neue Stadt und gab ihr den Namen Stadt der Götter. Ausgezeichnete Hauptstadt. Königliche Stadt Ayutthaya. Das geschah im Jahre des Buddha 1893. Königliche Stadt Ayutthaya.